hallo ihr freunde hallo taxi freunde heute ist wieder ein video über das taxi taxi kollegen und kolleginnen heute drehen wir das video über das war es habe ich verdient als taxifahrer in berlin jo bevor wir jetzt wieder zum video anfangen ihr wisst ja was ich immer will abonnieren 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 like kommentieren macht man was ihr könnt okay ich will mal ein bisschen rekorde haben eigentlich mein ziel 20 likes das ist eigentlich mein ziel bis jetzt habe ich maximale 10 gesehen darum kann ich nur noch mal von euch bitten könnt ihr mir mal bitte einmal 20 likes geben nicht viel ihr könnt das machen locker ja was ich überhaupt bis jetzt erlebt habe jetzt in den folgenden videos kann immer so sagen ich habe mal ein video gemacht über das blick driver app diese blick driver app habe ich auch halt dann auch die chats gelesen bisschen die fluchen über mich ja sorry leute aber ich habe nichts gegen euch gegen nicht fahrer sondern ich habe einfach gegen das system ein ein problem mich stört das auf jeden fall weil dort einfach illegale geschäfte angeboten wurde dadurch habe ich dann halt das veröffentlichen und das mache ich dann immer wieder ihr könnt über mich beleidigen ihr könnt machen was ihr wollt interessiert mich nicht aber sobald halten tiefer reingeht dann sehen wir uns halt dann vor gericht dann das mache ich auch kein problem also blick driver app die moderatoren wenn ihr nicht eure chat bereinigt dann wird das halt jemand andere das machen ich kann euch nur empfehlen pass auf eure chat auf aber jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem video was habe ich verdient als taxifahrer in berlin let's go jetzt fängt richtig an ja kunde eins genommen abgesetzt gucken wir mal wie viel das gekostet hat ja super preis hat es gekostet das zeige ich euch mal jetzt ganz kurz 39 90 hat es gekostet ja das kunde super kann so weitergehen mehrere 40 euros hoffentlich dass wir heute mal wenigstens mal guten umsatz machen weil ostern hat uns richtig kaputt gemacht also tote hose eigentlich aber ab und zu hast du so glück die die halt hier mal ein bisschen was kohle bringt hoffentlich kann ich nur noch wünschen der zweite dritte fünfte zehnte kunde bringt mir halt bisschen mehr kohle damit ich halt wirklich mal guten umsatz machen kann also fünf tage nichts gemacht fünf tage war wirklich tote hose ich hab ich kann mal so sagen nicht mal 200 nicht mal 200 euro habe ich umsatz gemacht in eine woche ist zu wenig viel zu viel zu wenig also ich bete nur ich hoffe es kann noch besser gehen let's go zum zweiten kunde so berlin messe ja hier ist er gekommen und hier werde ich jetzt wieder mal mich hinstellen wie die anderen kollegen und werde dann mal hier mal warten bis der nächste kunde hier einsteigen wird also ist bisschen laut ich muss mal bisschen schreien aber macht nix hier ist berlin messe direkt an der arbus hier die tribüne da ist hinter mir zeige ich mal so okay dass sie halt mal ein bisschen was von berlin hat so genau city club berlin messe berlin arbus tribüne hier war irgendjemand formular gewesen keine ahnung aber ich habe noch nie gesehen warten wir ab wohin der nächste kunde uns hin fährt ok hier meine schicke miki auto lecker 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 und becker was gut gleich tut ich laber zu viel wir gerade jetzt die messe era 2024 europäische herz rhythmus ja sessions keine ahnung was das heißt aber hier auf jeden fall gibt es jetzt gerade die messe berlin messe ja jetzt kommt dort ein ein einsteiger den sehe ich schon aber leider kann ich das nicht zeigen mal schauen wohin er fährt und dann wie viel überhaupt für uns bleibt oder besser gesagt wie viel wir verdienen werden insgesamt also schauen wir mal uns an ja 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 kunde abgesetzt war eine hübsche dame gewesen ja kleine trinkgeld gegeben mal schauen was hat das gekostet ganze nicht verraten 36 30 hat sie gekostet ok hat sie aufgerundet 40 let's go kann so weitergehen zwei kunden bis jetzt ja tag fängt gut an also ich muss alles wieder nachholen ich habe voll ganze woche nix gemacht also gucken wir mal aber ich überlege weil ich bin jetzt gerade hier in lichterfelde aus an kran und platz hier ist ein bisschen tote hose sieht man schon wurde da haben wir ein system da schauen wir alles wie viel mal überhaupt schon mal taxi gerufen wurde oder so oder wie viele taxis stehen überhaupt in der taxialte platz das kann man sehen wer überhaupt auf der platz eins seit wie vielen minuten wartet auf den auf der auf seinen auftrag das sehen wir mal ist das hatte ich schon mal auch immer erwähnt aber ich fahre wieder zurück wohin ja zur messe weil heute ist messe in berlin über die ärzte über herz rhythmus und da fahren wir jetzt wieder zurück ja dritte kunde auch abgesetzt aber echt stress gehabt wirklich weil die ganze marathonläufer die ganze straßen und sozusagen berlin komplett lahm gelegt also kann man nichts machen aber gut wenigstens hat es wirklich gelohnt guckt mal wie viel ich verdient habe jetzt 39 90 ja und kleines trinkgeld aber macht nichts hauptsache ich habe kunde bekommt kommt packen wir mal hier rein jetzt und jetzt fahre ich wieder zurück also liebe frau meiner schreiner unsere senatorin für verkehr abteilung bitte tun sie uns das gefallen machen sie wieder mal die straßen hier wieder normal frei es kann nicht sein dass es hier in der gendarmenmarkt viele einbahnstraßen es ist schon wirklich lächerlich dass da so viele straßen einspurig gemacht wurde dass wir überhaupt nicht mehr durch wir sind wir arbeiten wir kommen nicht mehr durch das ist das problem bei ja freunde ich bin wieder auf dem weg zum messe und dann hole ich dort jetzt mal den vierten kunde bis jetzt war alles gut haben wir guten umsatz gemacht schauen wir mal was der vierte kunde uns bringt aber zuerst ist keine sicherheit also es ist auch gar keine garantie ob ich überhaupt den vierten kunden abholen kann das ist auch so eine fragezeichen ja bis 18 uhr läuft es noch in der messe da ist noch die veranstaltung und dann ist die messe dann zu ende ab 18 uhr so wir sehen uns dort bis gleich let's go ja vierte kunde abgesetzt zahner hotel zahner in der nürnberger straße was hat es gekostet die o zeige ich gleich aber ganz kurz dann muss man bis mal ändern so einmal gedreht 19 10 genau hat es gekostet kann so weiter geht ja heute geht es nur noch an messe und ich fahre jetzt wieder zur messe und dort hole ich dann mal den nächsten kunden ab darum beheile ich mich let's go ja 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 fünfte kunde hat gewunken abgenommen abgesetzt so gucken wie viel es gekostet hat war nicht so lang aber egal hauptsache kunde mehr will ich nichts so 13 90 genau da steht der preis ja ich bin auch sehr nah zur messe also zurück wieder zur messe let's go jo jo noch ein kunde weniger also wieder zu ziel gebracht wo bin ich bei reuter straße ecke koforstendam jo wie viel hat es gekostet zeige ich euch guck wie viel es ist lecker lecker 19 50 ja das machen wir jetzt ich fahre noch mal dort hin gucken wir mal ob ich dort wieder mal den nächsten kunden kriegen werde oder nicht let's go ja jetzt noch ein kunde abgesetzt bei hinter kontinental ich zeige euch mal jetzt schnell weil ich muss hier wieder mal raus hier ist der preis 22 22 euro 10 cent ok also heute läuft super ich kann nur noch wünschen dass es halt noch besser noch mehr noch schneller gehen kann ok ich muss mal recht links gucken so ab geht ja zwei minuten gewartet auf einer taxi halte platz ja habe einen auftrag bekommen zum los angeles platz gucken wir mal was auf mich dort wartet ja kann sein dass der kunde gleich weg ist aber warum schauen wir mal habe ich einen auftrag ja wieder eine tour zu ende wie viel habe ich jetzt wieder verdient zeige ich euch mal jetzt ganz kurz wartet mal 11 euro 30 ja gott sei dank ist immer noch gut als besser oder ist gut als gar nichts das ist okay jetzt zurückfahren gucken wir mal wo der nächste kunde steckt ja eigentlich habe ich nicht mehr so viel zeit weil ungefähr in eine stunde ist der fasten brechen sozusagen der sonnenuntergang dann können wir dann unser fasten brechen also vielleicht noch ein kunde wenn nicht dann ja sehen wir uns auf dem weg auf nach hause ja ich kann auch nicht mal so viel reden ich habe voll durst warten wir mal bis gleich let's go taxi freunde ich musste so schnell wie möglich nach hause weil es war fasten brechen gewesen also die sonne ging unter und daher muss ich so schnell wie möglich nach hause damit ich halt was essen kann und er halt ein bisschen wasser trinken und dann sofort wieder ans arbeit gehen konnte muss ich so schnell wie möglich nach hause schön gegessen getrunken ja fasten gebrochen okay noch zwei tage montag dienstag und mittwoch ist es dann halt dann der ramadan feiertage sind drei tage offiziell auch überall weltweit ist es und falls ich bis dahin kein anderes video aufnehmen werde dann wünsche ich jetzt schon an allen muslimischen freunde ein geniesigtes ramadan feiertage oder sagen wir mal zuckertage okay also wünsche euch allen allen gutes so nun jetzt gehen wir weiter zur arbeit bin jetzt gerade am roten rathaus hier schräg rüber vielleicht sieht ihr könnt ihr nicht sehen das genau vor mir und dort ist so ein halter platz taxi halter platz ich bin jetzt hier auf der platz 1 auf der zentrale bin ich auch nummer eins und hier werde ich jetzt warten bis es entweder klingelt oder ein einsteiger kommt und ich weiß überhaupt nicht wohin überhaupt der kunde dann will weil das immer so eine überraschung wir wissen es nicht also leute falls ich die kundengespräche nicht aufnehmen das hängt davon weil ich mein gopro nicht hier habe der liegt in der türkei hab das hierher bestellt der kommt demnächst und dann kann ich dann halt damit kundengespräche auch wieder ein neues video aufnehmen und somit könnt ihr dann halt dann auch sehen wie ich überhaupt oder besser gesagt wie wir überhaupt uns kommunizieren mit den ganzen kundschaft ok und bis jetzt erst mal so viel warten wir ab let's go ja gerade neunte kunde genommen ja eigentlich nicht gut aber was solltet wir nehmen jede tour ja ihr wisst ihr ja ihr fragt jetzt wie viel das gekostet hat ich zeige euch mal jetzt das ganz gut einfach ganz kurz so 7 euro und 70 cent ja war wirklich ein mini tour aber was soll es besser als gar nichts ich freue mich auf jede tour egal ob es kurz oder lang das macht nichts ich nehme weiter so let's go ja gerade auftrag 10 ist angekommen jetzt habe ich den auch angenommen jetzt fahren wir dorthin holen wir mal die dame ab und dann fahren wir mal zu ihrem endziel ist eigentlich eine normale tour aber schauen wir mal wie viel wir am ende von ihr abkassieren werden sind natürlich sehr sehr wichtig heil zum ziel bringen das ist mein größter wunsch natürlich auch nebenbei das auch mal ein bisschen geld verdient sehr sehr wichtig also let's go holen wir kunde ab ja kunde ans ziel heil gebracht das ist immer meine aufgabe zuerst immer ziel heil bringen das ist das wichtigste für mich jetzt gucken wir mal wie viel wir verdient haben war ein bisschen okay gewesen gegensatz zu den alten auftrag beziehungsweise einsteiger da war sehr sehr kurze fahrt aber macht nichts man weiß ja nie was überhaupt an der nächste ziel auf mich immer zukommen wird oder für eine überraschung kommen wird das wissen wir nicht darum nehmen wir immer jeder auftrag an das ist immer unsere pflicht so jetzt gucken wir mal wie viel wir überhaupt bekommen haben gucken wir mal schnell ziel 23 70 war unser endergebnis von dieser tour aber abend ist noch lang darum machen wir noch weiter schauen wir mal noch wie viel wir tour noch kriegen werden wie viele kunden wir noch überhaupt noch bekommen werden wissen wir noch nicht also mein ziel ist noch zweieinhalb stunden noch zu arbeiten dann schauen wir mal was am ende des tages für eine komplette brutto umsatz wir gemacht haben abwarten tee trinken let's go ja auftrag 11 angenommen jetzt holen wir mal die kunden ab und dann schauen wir mal wo wir überhaupt hinfahren werden ob es jetzt ein person sind oder mehrere person weiß ich noch nicht aber wir werden erstmal anschauen bzw erstmal dorthin anfahren und dann holen wir mal unseren kunden ab so let's go gucken wir mal wo genau wir jetzt nachher hinfahren werden der auftrag abgeschlossen kunde an ziel heil gebracht so was ist jetzt für mich geblieben sozusagen wie viel habe ich jetzt umsatz gemacht das zeige ich euch mal jetzt ganz kurz 11 euro 10 ja immerhin alles okay man kann sich nicht beklagen weiter geht's her taxi freunde wir haben kurz vor mitternacht für heute reicht es weil heute sonntag sonntags ist immer dann gegen nachts so ab 23 24 uhr ist immer ruhe also ist immer sehr sehr ruhig darum ist erstmal jetzt feierabend für heute und dann schauen wir erstmal gemeinsam wie viel ich heute einen umsatz gemacht habe also gucken wir mal wie viel habe ich heute verdient was ich sagen will noch heute hatte ich elf kunden gehabt insgesamt davon waren sehr viele waren einsteiger gewesen hatte riesenglück gehabt kann ich nur noch sagen waren drei vier aufträge nur gewesen oder fünf bin mir nicht sicher zu diesem thema werde ich noch ein paar wörter gleich erwähnen aber zuerst gucken wir mal wie viel habe ich heute verdient so gucken wir mal gucken wir mal so drücken wir jetzt auf die zwei und die vier so insgesamt 146 kilometer gefahren 77 kilometer habe ich dann mit kunden gemeinsam gefahren habe die befördert dann hatte ich elf kunden gehabt also null gebühren das sind sozusagen zuschläge machen wir mal so dass ihr besser sehen könnt so jetzt 244 euro und 50 cent habe ich heute verdient natürlich ist das brutto davon werden auch noch halt die gebühren abgezogen für sonntagsverhältnisse ist es wirklich ein super geld also kann ich jeden empfehlen wer wirklich taxi fahren möchte als taxifahrer den kann ich wirklich mal sagen leute ihr macht da nicht verkehrt ich würde an eurer stelle auch taxi fahren wenn ihr halt keinen anderen job habt lade ich euch wirklich ein zum taxi fahren natürlich hat es halt nur einige konsequenzen das habe ich aber auch schon mal bei den ersten videos schon mal angekündigt was da überhaupt gemacht werden muss wie zum beispiel personenbeförderungsanträge sozusagen personenbeförderung scheinantrag abzugeben gleichzeitig eine reaktionsteste abzusolvieren gleichzeitig auch ein führungszeugnis beantragen somit kriegt ihr auch dann euer personenbeförderung schein ja für erstmal von meiner seite aus über die taxi so viel aber jetzt kommen wir mal zu den anderen thema mit den ganzen uber fahrer oder beziehungsweise mietwagen fahrer leute nimmt mich nicht als feind ich bin nicht euer feind ich möchte wirklich dass ihr auch mal begreifen tut dass ihr wirklich sehr sehr viel an gebühren arbeiten tut sozusagen habt ihr wirklich jetzt wie ich zum beispiel sie 244 euro umsatz gemacht und davon zum beispiel geht ein drittel an die vermittler uber bolt free now egal jetzt es gehen wirklich ein drittel nur als gebühren und wenn man das jeden tag so berechnen tut dann hast du am ende des monats sozusagen am ende des monats habt ihr dann manchmal über 1000 euro nur als gebühr bezahlt schade für das geld schade für eure arbeit was ihr da geleistet habt was habt ihr davon letztendlich am ende des monats bekommen nichts ihr quält euch ihr quält euch und dann am ende des monats habt ihr so viel gebühren bezahlt an die drei vermittler schade für eure arbeit das wollte ich einfach euch mal sagen hey leute überlegt euch mal sehr sehr gut inzwischen ist es ja diese ganze ortskundenkenntnisse sozusagen ortskundeprüfung ist ja alles abgeschafft ihr könnt jetzt ruhig auch bei taxi anfangen und ihr könnt jetzt auch locker auch ihr geld hier verdienen da müsst ihr jetzt nicht immer andere firmen suchen oder weiß versichten nach andere flotten nach arbeit fragen leute in der taxi branche gibt es immer arbeit ihr könnt da ruhig auch in der taxi branche arbeiten auch anfangen zu arbeiten darum sage ich euch bitte 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 guck mal ihr kommt live in meine streams und dann beleidigt ihr mich als gay oder schwul oder so und wenn ich dann zurück antworte dann seid ihr sauer leute wenn ihr mit mir so redet natürlich werde ich auch halt anders reden mit euch ob es euch passt oder nicht dann redet nicht halt so mit mir dann rede ich auch nicht mit euch so ich bin nicht euer feind wir sind alle in eine gemeinsame abteilung sozusagen ich bin in der taxi abteilung ihr seid in der mietwagen abteilung für wen dient ihr überhaupt wenn ich jetzt ein video gemacht habe zum beispiel über die blick driver chat und wenn ich dort gesehen habe wie überhaupt illegale sachen angeboten werden wo wo leben wir überhaupt in einer bananen region das geht nicht leute achtet bitte immer auf die regeln okay hier gibt es vorschriften hier gibt es gesetze und wir müssen uns einhalten daran ihr könnt nicht machen was ihr wollt das geht nicht natürlich sind wir auch sauer weil auf der anderen seite geht unsere branche gleichzeitig kaputt und wenn wir dann halt dann in eure branche irgendwelche fehler finden und das ganze erläutern seid ihr richtig sauer auf und so sorry müsst ihr nicht sein weil wir sind auch richtig sauer weil auf der anderen seite geht unsere branche richtig kaputt wenn wir da sehen diese ganze dumping preise überhaupt was dort überhaupt angeboten wird leute ihr quält euch guckt mal ich habe elf kunden 244 euro umsatz gemacht wie viele kunden braucht ihr damit ihr diese umsatz machen müsst 30 kunden oder mehr und danach werden ja auch noch die ganze gebühren auch abgebucht ich kann euch mal locker sagen manche manche flotten zahlen über 30 prozent manche zahlen 20 prozent gebühren ist doch schade für euch guckt mal ihr quält euch ich denke an euch bitte warum gibst du deine mühe an so eine vermittler die gar nichts machen außer nur aufträge geben aber letztendlich habt ihr am ende des tages so viel gearbeitet für so viel so wenig geld leute überlegt euch mal sehr sehr gut guckt mal ich habe vier oder fünf aufträge bekommen und diese vier bis fünf aufträge ich kann euch mal sagen pro auftrag hat mir 80 cent gekostet egal ob es für fünf euro oder für 500 euro das tour kostet aber letztendlich zahlen wir pro auftrag nur 80 cent und wenn die verdienen und jahrelang im betrieb sind und die immer noch mitmachen in dem markt also überlegt euch sehr sehr gut ich will halt nicht zu viel labern sorry wenn ich zu viel gelabert habe tut mir echt leid aber einige wörter fehlen mir einfach was ich überhaupt nur sagen will aber ich denke wirklich an euch liebe mietwagen fahrer lasst euch nicht fehlen okay für diese vermittler und und lasst euch nicht von diese flotten von diese vermittler auch nicht abziehen okay also bleibt anständig ich hoffe ihr wechselt mal langsamer zum taxi branche und ich hoffe ihr verdient wenigstens ja auch mal geld dann